Ich bin's wieder, Mahandi, und das hier ist Botania Schritt für Schritt, und heute schauen wir uns so Sachen an. Und ja, keine Zeit verlieren, ihr kennt das, wir wechseln mal wieder in den Ego-Modus, bedanken uns wieder bei Velenfrostweaver von Mischief of Mice. Wie immer, der Link wird wieder eingeblendet, und jetzt verlieren wir keine weitere Zeit und fangen direkt mal an mit dem Spaß. Ja, hier sind wir zurück an alter Wirkungsstätte, und ihr seht, hier klatschen eine ganze Menge Sachen an der Wand, und die wollen wir uns heute mal alle angucken. Und wir fangen gleich mal an mit etwas, was man überhaupt nicht braucht, aber was schick aussieht, und zwar ist es der Unstable Cube. Der Unstable Cube wird gecraftet mit einer Ender-Perle, viermal Obsidian in den Ecken, und farbigen Petals. Ich habe hier die roten ausgewählt, grundsätzlich gibt es aber die Möglichkeit, diese Unstable Cubes in allen Farben, von denen es auch Petals gibt, zu bauen. Da kommt dann hier so was Schickes bei raus, ein Unstable Cube, wie ihr seht, es gibt die halt auch noch in allen anderen Farben. Und ja, wenn man die hinstellt, dann blitzen die einfach so ein bisschen. Vielleicht kennt ihr das noch, das hatte ich ja hier vorne auch eingesetzt, bei diesem Tunnel zu der Arena. Genau, und ich wurde angesprochen, ich möge nochmal irgendwann ein Video machen, wie ich die Arena gebaut habe, werde ich tun. Kann man sich so einen schönen elektrifizierten Gang machen, und ja, die Farben, wie gesagt, kann man fröhlich auswählen, wie man möchte. Mehr Sinn haben die Dinger nicht, außer, dass sie auch noch zum Craften einiger folgender Items da sind. Ja, sie sind einfach nur hübsch. Gut, ich packe die zurück, und da kommen wir schon direkt auch zum nächsten, nämlich dem Unstable Beacon. Und wie ihr seht, dafür braucht man vier von diesen Unstable Cubes. Auch da ist die Farbe völlig egal, beziehungsweise ist nicht egal, es müssen alles gleichmäßig die Farbe sein. Sprich, vier rote, vier grüne, vier gelbe, vier schwarze, oder, oder, oder. Um einen Unstable Beacon rauszuholen, und in der Mitte muss noch eine Mana Pearl sitzen. Die kriegt ihr ja, wenn ihr eine Ender Perle einfach in euren Mana Pool schmeißt. Ja, was hier dann rauskommt, ist ein hübscher Beacon, wie ich es hier mal genannt habe. Ich nehme hier auch mal den roten raus, ganz einfach, weil das hier ja auch rot ist. Und wenn ihr den hinklatscht, dann passiert folgendes. Erstmal habt ihr hier eine Menge Mana-Dingsgefummel, und einen, ja, Mana-Strahl in den Himmel. Halt wie ein normaler Beacon, nur in Mana-Optik. Und auch den kann man natürlich in allen möglichen Farben machen. Das war jetzt der rote. Wenn wir den zum Beispiel in blau aufbauen, dann sieht das Ganze so aus. Tja, schön. Ein schicker Beacon. Nice. Ja, das ist der Unstable Beacon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Geht relativ schnell. Gut, und dann gibt es natürlich, wenn wir schon bei Beacons sind, auch noch die Signal Flare. Und die wird gecraftet mit einem Eisenbarren. Einem von diesen Unstable Cubes. Auch wieder die Farbe. Entscheidet nachher, wie eure Flare-Pistole aussieht. Und ein Living Wood. Wohlgemerkt, Living Wood Planken. Beacon, glaube ich. Wartet mal. Ne, nur Living Wood. Okay, also nur Living Wood. Ja, bekommt ihr eine Signal Flare raus. Und die ist quasi ein tragbarer Beacon. Und hat noch eine kleine Nebenfunktion. Erstmal schauen wir uns an, wie der Beacon aussieht. Habt ihr drinnen. Ihr braucht keinen Mana. Ich hab hier nix an Mana irgendwie im Inventar. Einfach rechts drinnen. Knallt. Und ihr haut ein Beacon an der Stelle raus. Ist nicht schlecht, wenn man mit mehreren Leuten auf dem Server spielt. Und der eine fragt, ey, wo bist du gerade? Hm, wie? Wo bin ich gerade? Warte kurz. Da bin ich gerade. Oh, siehste? Prima. Ganz angenehme Sache. Ganz nebenbei macht er auch noch was anderes. Nämlich, wenn ihr umringt seid von Gegnern. Und dafür mache ich es mal kurz. Nacht. Und wechsel mal ganz kurz in den Easy-Mode. Und euch umringen Monster. Ne? Dann könnte man jetzt zum Beispiel. Ups. Wenn man aus dem Creative-Mode rausgeht. Dann rennen uns die Jungs hinterher. Und um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Haut ihr einfach die Flair raus. Und ihr seht, die kriegen, solange die Flair rausgehauen wurde. Mal kurz so ein. Ähm. Ja. Stehenbleib-Effekt. Ne? Können sie nicht mehr laufen. Und dann kommen sie irgendwann wieder. Und deswegen gehe ich jetzt mal eben wieder in den Creative-Mode. So. Ja, prima. Funktioniert ganz toll. Äh, wohlgemerkt. Ihr habt gerade gesehen. Unten. Ich mach da mal ein Pfeil hin. Und an der Flair ist so ein kleiner Balken im Creative. Äh, im Survival-Mode. Dafür muss ich mal eben ganz kurz die Jungs hier weghauen. Damit die mir nicht auf den Sack gehen. Ach, komm. Stirb. So. Ähm. Wenn ich jetzt nochmal kurz zurück wechsle, wieder in den Survival-Mode. Dann seht ihr jetzt unter der Signal-Flair. Jetzt hau ich den Pfeil dahin. Ups. So einen kleinen Balken. Ihr könnt die immer nur dann raushauen, wenn dieser Balken voll ist. So. Jetzt zur Zeit. Ich klicke hier wie ein Beklopter auf rechts. Nichts passiert. Und jetzt ist sie wieder voll. Da kommt wieder einer. Aber ihr braucht dafür halt kein Mana. Praktisch. Okay. Ja, das ist die Signal-Flare. Auch ein nettes Item, würde ich sagen. Ähm. Jetzt haben wir da hinten noch ein Schaf stehen. Hm. Müssen wir weg haben. Macht nix. Haben wir einiges an Waffen dafür. Äh. Zeige ich gleich. Ich hau das Ding mal kurz weg. So. Nämlich. Was wir auch noch zeigen wollen. Ist. Wenn ich hier aufgeräumt habe. Ist die Soul-Scribe. Oder der Soul-Scribe. Das ist ein kleiner Dolch. Und der ist extra darauf ausgelegt. Mehr Damage an Enderman zu machen. Ihr wisst ja. Ein Enderman. Wenn ihr den haut. Der teleportiert sich so schwuppdiwob weg. Kannst du gar nicht so schnell gucken. Und weg ist er. Und du kommst sie dann nicht hinterher gerannt. Also. Macht euch ein Soul-Scribe. Eine Mana-Pearl. Ein Mana-Barren. Oder Mana-Steel-Barren. Und ein Living-Wood-Twig. Habe ich irgendwann schon mal erklärt. Wie der funktioniert. Oder wie der gemacht wird. Äh. Ach. Ich muss mal eben wieder in den Creative-Plus-Mode. So. Gucken wir uns trotzdem nochmal ihn ganz kurz an. Living-Wood-Twig. Ihr erinnert euch. Ist lange her. Müsst ihr aber mit Living-Wood machen. Und dann einfach zwei Living-Wood übereinander. Bekommt ihr ein Living-Wood-Twig. Gut. Der Soul-Scribe. Ist also relativ einfach gecraftet. Und wenn jetzt ein Living-Wood-Twig. Wenn Enderman vor euch auftaucht. Dann braucht ihr den nur zweimal schlagen. Und schon lässt er seine Mana-Perle liegen. Oder halt auch nicht. Je nach Glück. Auf jeden Fall sind die so sehr sehr schnell umgehauen. Soul-Scribe. Nettes Item. So. Ich räume wieder auf. Oh. Warte mal. Den Living-Wood-Twig. Packen wir auch noch weg. Und dann kommen wir zum nächsten. Nämlich dem Thunder-Caller. Und das ist ja ein bisschen AE-Damage. Möchte man fast sagen. Ich nehme mir mal kurz so ein Ding. Gecraftet wird der mit einem Elementium Barren. Einem Mana-Diamond. Einem Terror-Blade. Und zweimal Bottled. Ne. Bottle of Ender-Air. Oder so heißt das. Ender-Air-Bottle. Die bekommt ihr ja, wenn ihr mit leeren Flaschen im End rumrennt. Und das andere habe ich auch alles schon mal erklärt. Wie es funktioniert. Schaut halt mal in den anderen Videos. Gut. Was macht der Thunder-Caller jetzt? Ganz einfach. Der. Wenn hier mehrere Gegner sind. Und ihr schlagt einen davon. Dann seht ihr. Bekommen gleich mal alle, die in der Nähe sind. Mit Dammit. Nett. AE. Coole Sache. Das spart nämlich eine Menge Ärger. Natürlich, je nach Entfernung, nimmt der Schaden ab. Also je weiter der Mob von dem geschlagenen Weg steht, desto weniger Damage bekommt der noch. Und natürlich hat das Ganze auch eine endgültige Reichweite. Das funktioniert nicht auf ewig, aber naja, schon eine ganze Ecke. Ja, Thunder-Caller. Auch schönes Ding. Spart. Hauen. Hehe. Gut. Haben wir auch den Thunder-Caller durch und kommen schon direkt zum nächsten. Nämlich dem Star-Caller. Ist ein Schwert. Und wird aus einem Elementium-Inget. Also Elementium-Warren. Einem Dragonstone. Einem Terror-Steel-Blade. Oder Terror-Blade. Keine Ahnung. Warte mal, wie heißt es genau? Terror-Blade. Und zweimal diesen Ender-Air-Bottles. Gecraftet. Ja. Bekommt er einen Star-Caller raus. Und der macht das folgende. Wenn ihr ein paar Gegner habt. Und mit. Achso. Wir haben keine Nacht mehr. Hehe. So, Freunde. So, dass wir. Naja. Ich hau die mal kurz weg hier. Da habt ihr es schon gerade gesehen. Aber wir gehen mal kurz in etwas freiere Fläche. Wo weniger Licht ist. Oder da vorne haben wir ja einen Creeper. Auch schön. Den wollen wir umhauen. Schlagen wir ihn. Passiert nichts. Denn das wird nicht jedes Mal ausgelöst. Aber ihr habt die Chance, wenn ihr den Gegner schlagt, dass ein Meteor niedergeht. Und, äh, ja. Den Mob trifft. Das doofe an der Sache ist. Ihr seht nicht genau, wo der Meteor kommt. Äh, er kann den Mob treffen. Muss aber nicht. Also, insofern. Naja, bei großen Mob-Ansammlungen werdet ihr schon einen treffen. Aber die Chancen sind relativ gering, dass das dann auch funktioniert. So, da ist er fast getroffen worden. Machen wir auch noch einen. Schauen wir mal. Tja, ihr seht. Die Chancen sind relativ gering. Wenn er aber trifft, dann macht er auch, äh, gar nicht mal so schlechten Schaden. So, jetzt hat er getroffen. Und der Zombie ist nach einem Schlag, einem weiteren Schlag, schon down. Vielleicht nochmal. Nein, der hat wieder nicht getroffen. Naja, also, wie ihr seht. Starkawler mäßig nützlich. Könnte nützlich sein. Aber nur bei größeren Mob-Ansammlungen. Dennoch wollte ich ihn euch nicht vorenthalten. Das Schöne ist übrigens, der zerstört nicht eure Gegend. Jedenfalls nicht in dem Mode. Ich muss mal gerade gucken, ob das im... Nein, nein, der zerstört nicht. Oh, ich play creative. Das wollte ich noch nicht. Jetzt play ich wieder survival. Aber ihr seht, der macht nichts kaputt. Okay. Das, ähm, ja, ist doch nett. Hilft nicht viel, aber ist nett. Und jetzt muss ich mal kurz niesen. Sekündchen. Musste doch nicht niesen. Aber, äh, ja. Die Pause musste sein. Ja, das ist der Starkawler. Nett. Auch, äh, schön. Muss man einfach mal haben. Einfach wegen haben. Gut. Dann kommen wir noch zu einem netten Item. Einem lustigen Item. Nämlich dem Kackophonium. Ja, mit C geschrieben. Nicht, äh, was ihr jetzt wieder denkt. Das ist hier so eine Posaune. Und ich muss wieder zurück in den Creative Mode, um mir das da rausnehmen zu können. Wird getraftet mit einem Noteblock in der Mitte. Und ganz einfach Goldbarren so drumherum angeordnet. Und, äh, ja. Ja, der kann Mobgeräusche imitieren. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel ein Zombie und ein Schaf und ein Pferd da ist. Pferde. Ja, jetzt müsst ihr mal ganz genau zuhören. Ihr hört das ja. Wenn ich jetzt rechts das Pferd anklicke, habe ich gemacht. So. Jetzt muss ich das Pferd mal ganz kurz. Leider. Ne. Machen wir es mal auf die Schnelle. Mal schnell killen. Und jetzt mit dem Kakophonium wieder arbeite. Dann hört mal genau hin. Habt ihr gehört, wird der Ton des Pferdes abgespielt. Das gleiche kann ich auch machen mit, äh, ja, einem Schaf zum Beispiel. Einfach rechts anklicken. Schaf kurz entfernen. Und wenn ich jetzt mein Kakophonium spiele, dann hört ihr. Schaf Geräusche. Total schwachsinnig, aber lustig. Und wenn einem der Lärm noch nicht reicht, dann kann man sich noch einen Notblock craften. Ganz normal, den von Minecraft. Kennt ihr, ne? Hier mit Planken in der Mitte. Ein Redstone. Er gibt einen Notblock. Kennt man. Ja, und wenn ihr den irgendwo in die Gegend stellt und dann mit dem aufgenommenen Kakophonium, beziehungsweise mit dem Kakophonium, mit dem aufgenommenen Ton eines Mobs, äh, shift und rechts klickt, dann wird daraus ein Kakophonium-Block. Und wenn ihr den auslöst, dann kommt jetzt ein... Schaf Geräusch, nett. Zombie. Rechts anklicken. Zombie kurz entfernen. Nehmen wir mal lieber ein Schwert, geht's schneller. So, jetzt kommt hier ja der Zombie-Ton raus. Damit könnt ihr auf jeden Fall im PvP Leute erschrecken. Wenn ich jetzt wieder rechts und shift-klick mache, dann passiert nichts. Denn, hier kommt immer noch der Schaf-Ton. Wenn ihr jetzt gerne den Zombie-Ton draufhaben wollt, dann müsst ihr den leider wegleißen. Das Ganze neu machen. Und jetzt kommt auch der Zombie-Ton. Jawohl, funktioniert. Tja, Kakophonium. Völlig sinnfreies Item. Aber irgendwie lustig, um Mob-Geräusche einzusammeln. Oh ja. Okay. Dann kommen wir heute noch zu einem letzten Item. Und das ist die sogenannte Crafty Crate. Und das ist quasi, ja, so ein bisschen ein, äh, Auto-Craft-Maschinchen. Ähm, wird ganz einfach gecraft, gecraftet mit Dreamwood Planks. Sechs Stück an den Seiten und oben einem Crafting Table in der Mitte. Bekommt ihr eine Crafty Crate raus. Und wenn ihr die hinstellt, dann sieht die schick aus. Okay. Aber das, äh, aber das, äh, kann's ja noch nicht sein. Denn, ähm, ähm, also, ja, es ist quasi ein Auto-Crafter. Allerdings ein sehr, sehr, sehr rudimentärer. Da gibt's viel, viel schönere. Ich möchte ihn trotzdem nicht ganz weglassen, äh, und will euch kurz erklären, wie er funktioniert. Ihr braucht dafür irgendwie ein, eine Möglichkeit, dem Items zuzuführen. Dafür bietet sich zum Beispiel ein Hopper an. Und, äh, es ist jetzt immer so, die Sachen kommen von oben und gehen nach unten raus. Oder kommen auf einer Seite rein und kommen dann auf der anderen Seite entsprechend wieder raus. Um das, ja, demonstrieren zu können, werde ich den jetzt mal ein in die Höhe setzen und den Hopper noch oben drauf. So, und, äh, ja, wenn ich da jetzt Items rein tue, ich hab hier mal, äh, ja, was nehmen wir die Planks. So, wenn ich die jetzt in den Hopper schmeiße, dann seht ihr, ein bisschen was seht ihr nicht. Genau, es passiert nämlich gar nichts. Könnt mit dem Wand of the Forest drauf gucken, dann wird hier so ein kleines Bild eingeblendet und der zeigt euch genau an, was gerade in dem Crafting Table drin ist. Wenn man das jetzt nochmal ein bisschen beobachtet, dann seht ihr, der füllt einfach auf und weiß, okay, mit neuen Holzblöcken so angeordnet kann ich nichts craften. Also crafte ich lieber gar nichts. Wenn ihr dann noch Rest-Items drin habt und einfach mal rechts mit dem Wand of the Forest drauf klickt, dann bekommt ihr die Sachen auch wieder raus. Da das jetzt natürlich möglich war, als Rezept, kam jetzt die Pressure Plate raus. Jetzt sagen wir aber mal, wir wollen jetzt einen, einen Ofen craften. So, Ofen, kennt er, ist angeordnet einfach im Kreis Cobblestones. Wenn ich jetzt die Cobblestones da reinwerfe, die ich erstmal haben muss, so, dann passiert wieder das gleiche wie eben. So, er weiß ja nicht, dass er einen Ofen craften soll, also haut er einfach die Dinger raus. Ja, steht er wieder dumm da. So, um das jetzt zu verhindern, kann man sich sogenannte Crafting Patterns anlegen, beziehungsweise Crafting Placeholders. Und die werden einfach gecraftet bei einem Crafting Table und einem Living Rock. Bekommt ihr einen Crafting Placeholder. Jetzt könnte man sagen, okay, wir wollen eins, muss ein Cobblestone sein, zwei muss ein Cobblestone sein, drei muss ein Cobblestone sein, vier muss ein Cobblestone sein, fünf muss frei bleiben, sechs, sieben, acht, neun müssen wieder Cobblestones sein. Also sagen wir, eins, zwei, drei, vier Cobblestones, dann bitte den Placeholder und dann noch eins, zwei, drei, vier Cobblestones. Dann seht ihr, so sieht das Ganze aus. Okay, rechts angeklickt mit dem Wand of the Forest und wir haben unseren Furnance. Wenn jetzt hier unten frei gewesen wäre und wir hätten das Ganze gemacht, eins, zwei, drei, vier, den und nochmal drei, vier, wenn ich mich nicht verzählt habe, seht ihr, kommt unten automatisch der schon raus, der fällt raus und ja, auch dieser Placeholder wird rausgehalten. Nur ist es ja nervig, jedes Mal diesen Placeholder reinlegen zu müssen und dafür kann man sich dann Crafting Patterns anlegen und der setzt dann automatisch den Placeholder. Zum Beispiel für den Furnance bräuchten wir ja in der Mitte frei. Also würden wir uns mit acht von diesem Pattern und einem Redstone einen solchen Pattern craften, um zu sagen, komm, in der Mitte soll frei bleiben. Wenn man den einfach mit Rechtsklick auf die Crafting Crate setzt, dann seht ihr schon, hat sich das verändert. Es wird angezeigt, so ist das momentan eingelegte Rezept und dann nehmen wir uns einfach, oh, ich brauche mehr Cobblestone. Hehe, Moment. So, das soll reichen. Wir schmeißen die einfach alle rein und es kommt ein Furnance raus und ich weiß nicht, wie viel Cobbl ich drin hatte, aber ansonsten, ja, ich brauche mehr Cobbl, denn, Moment, so, die sollten auf jeden Fall reichen. Denn, da kommt der zweite, es wird wieder aufgefüllt, es kommt der dritte, es wird wieder aufgefüllt und es kommt der vierte und das Ganze läuft jetzt einfach mal so lange, bis es nicht mehr weiterläuft. Ist ja klar. Und das Ganze kann man jetzt machen, insofern, dass man diese Crafting Patterns, es geht nicht alles, was man möchte, es gehen nur diese Versionen davon, das müsst ihr dann mal im Lexiker Botanien nachgucken. Ähm, ja, mehr Möglichkeiten gibt's halt nicht. Insofern, wie gesagt, ist das eine sehr, sehr, ja, rudimentäre Art des Autocraftens. Aber immerhin besser als gar nichts. Ist ja einfach mal so. Zusätzlich gibt's da auch noch eine Kleinigkeit, die anzumerken ist, nämlich diese Crafty Crate kann man auch in Verbindung mit einem Redstone-Komparator benutzen. Nämlich so, Redstone-Komparator, kennt ihr, äh, macht immer ein Signal raus, äh, wie viel Signal halt reinging. Also wenn ein Signal über drei Felder an den Komparator rankommt, dann wird er auch ein Signal raushauen, das drei Felder weit ist. Das Ganze kann man dann noch an der Seite mit einem zweiten Signal kombinieren, wo es dann dazu oder abgezogen wird. Schaut euch einfach mal irgendeinen Redstone-Komparator-Tutorial an. Jetzt ist es ja so, dass man nicht immer Platz hat, 1000 Kilometer erstmal an den Komparator ranzulegen. Dafür kann man auch die Crafty Crate benutzen, denn, wie ihr seht, ist die momentan leer. Wenn man jetzt, äh, sagt, ich möchte ein Signal, das vier Felder lang ist, dann nehmt ihr euch einfach Cobblestones und sagt vier Felder, eins, zwei, drei, vier Stück da rein und schon wird ein Redstone-Signal ausgelöst, das vier Felder lang ist. Wenn ihr jetzt sagt, ah, warte mal, das war einer zu wenig, ich möchte fünf Felder, dann packt ihr ein fünftes Item rein und habt ein Signal, das fünf Felder lang ist. Übrigens, der Wand of the Forest funktioniert in einem Dispenser, denn ihr könntet ja jetzt aus der Crafty Crate mit Rechtsklick, wie gesagt, die Items rausholen. Ihr könnt aber auch einfach einen Dispenser mit einem Wand of the Forest befüllen und dann, ich packe jetzt mal genug da rein. Ihr seht, der ist bis oben in voll. Weil er überfüllt wurde, löst, äh, löscht er sich automatisch. So, wenn ihr jetzt nur drei reinpackt und sagt, na, vier habe ich jetzt reingepackt, sorry, haben wir ein Signal, das vier lang ist. Ah, warte mal, die will ich raushaben. Einmal kurz mit dem Dispenser und Wand of the Forest und schon habt ihr die Items wieder raus. Ja, was ihr dann ansonsten mit so einem Komparator mit den Schaltungen machen könnt, wie gesagt, da schaut euch einfach mal ein Tutorial über Redstone an. Das wäre jetzt etwas zu weit führend. Also, hatten wir heute den Unstable Cube, den Unstable Beacon, das Signal Flare, den SoulScribe, den Thundercaller, den Starcaller, das allseits beliebte Kakophonium und die Crafty Crate Nebst Pattern. Jo, und, äh, da die letzten Folgen immer sehr lang waren, würde ich einfach mal sagen, heute mache ich es mal ein bisschen kürzer. Das soll es schon gewesen sein für heute. Und ich, äh, ja, bin der Mahandi immer noch. Bedanke mich. Ich hoffe, das kurze Video heute hat euch auch mal gefallen. Und, äh, ja, ich überlege mir was Schönes für das nächste Mal. Bis denn und ciao, ciao. 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 Vielen Dank.